Ist das Produkt einmal entwickelt, so braucht es auch das passende Drumherum. Eine gelungene Verpackung ist bereits die halbe Miete. Wir sind ein Groß- und ein Detailhandel für Lebensmittelverpackungen aller Art, wobei der Fokus eindeutig auf Glasverpackungen liegt. Das heißt Glasflaschen, Einmachgläser, Marmeladegläser und Verschlüsse dazu. Glas als permanentes Material. Damit stellt sich das Unternehmen der großen Herausforderung, der hohen Verpackungsmengen nachhaltig entgegenzuwirken. Unser Unternehmen ist in Oberösterreich im Zentralraum, ins Athlet, beheimatet. Unsere Kunden kommen hauptsächlich aus der Landwirtschaft, das heißt Direktvermarkter, aber auch Haushaltskunden, die dann vor allem über unseren Onlineshop direkt bei uns Kleinmengen bestellen können. Früher haben Verpackungen alleinig für einen besseren Transport und eine längere Haltbarkeit beigetragen. Heute werden sie durch den Faktor Optik ergänzt, denn nicht alleine nur der Inhalt regt zum Kauf an.